Mittwoch, der 3. Mai 2023. Heute ist der Tag deines Abis und wenn du dieses Video siehst, würde ich mal sagen, willkommen in der Welt danach. Du hast es geschafft, das Mathe-Abi liegt hinter dir und ich möchte sagen, herzlichen Glückwunsch und nice, dass du dich dieser Challenge gestellt hast. Ich konnte mich ein bisschen erholen, ein ganz kleines bisschen. Ich habe ja wirklich gestern in die Nacht noch reingearbeitet, um letzten Leuten noch die Daumen zu drücken und noch Fragen zu beantworten. Bin heute auch früh aufgestanden, aber dann hat mich meine Müdigkeit einfach komplett getroffen und ich habe einfach so hart gepennt wie selten. Das war richtig nice. Und ich habe mich gestern ganz doll gefreut über das ganze Feedback zu den ganzen Videos. Also da kam gestern sehr, sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung für die ganze Hilfe, auch im Last-Minute-Bereich noch. Hat mich noch erreicht, das fand ich sehr, sehr nett. Und viele Menschen haben gefragt, Rick, wie kann ich mich denn bei dir bedanken? Und da würde ich sagen, ja, du kannst einfach Danke schreiben oder ein Feedback schreiben, wenn du sagst, ja, aber ich möchte dich unbedingt auf eine Pizza einladen. Ich möchte dir unbedingt was zurückgeben. Ich habe dir in der Infobox mein Paypal verlinkt. Wenn du sagst, ja, Rick hatte einen großen Anteil daran, dass dieses Mathe-Abi für mich erfolgreich war, ich muss ihn auf jeden Fall zu einer Pizza einladen, dann kannst du das gerne tun. Also wenn du mir eine Freude machen möchtest, Pizza essen ist für mich ein Riesen-Highlight. Neben Mathe und Spazierengehen gehörte zu den Dingen, die ich richtig gerne mache und richtig gut kann. Paypal ist verlinkt, lad mich gerne ein, wenn du möchtest. Der Channel wird natürlich für immer und alle kostenlos bleiben, beziehungsweise der Content wird für alle da sein, aber kann ich mir schon gut vorstellen, dass du vielleicht sagst, naja, das war jetzt hier doch ein bisschen eine größere Arbeit, die du leistet hast, dann, ja, wenn du möchtest. So, mich interessiert natürlich jetzt, wie das Abi gelaufen ist, denn ich habe die letzten 100 Tage dafür gearbeitet und durfte heute nicht mein Abi schreiben. Wie unfair ist das denn? Ja, ich möchte wissen, was passiert ist, ich möchte wissen, was ist dran gekommen, wie wahrt, wie schwer, wie leicht, wie unfair, wie fair. Ich möchte das alles wissen. Also schreib mir gerne in die Kommentare, wie das Mathe-Abi für dich lief und wie du das wahrgenommen hast. Schreib mir gerne vorher immer rein, aus welchem Bundesland du schreibst. Ja, also schreib gerne Bundesland-Doppelpunkt, dann dein Kursformat, also Grundkurs, Leistungskurs, grundlegendes Anforderungsniveau, erhöhtes Anforderungsniveau, fachliche Oberschule, Berufsoberschule, berufliches Gymnasium, was auch immer. Also Bundesland, Format und vielleicht eine Vornote, dass wir das so ein bisschen einordnen können. Na, die drei Sachen und dann kannst du gerne mal so einen kurzen Feedback, so einen kurzen Erfahrungsbericht schreiben, wie dir im Abi ging. Mich interessiert vor allem, was waren das so für Aufgaben, wie schwierig waren die, wie schwierig schätzt du das Abi ein, auch im Vergleich zu den ganzen Probe-Abis, die wir gerechnet haben, was war besonders fair, was war besonders unfair, wie schätzt du das zeitlich ein? Schreib mir gern, ich möchte wissen, wie es lief. Also auch wenn du sagst, es war für mich keine Glanzleistung und ich möchte diesen Tag schnell wieder vergessen, schreib es mir gern. Ja, ich möchte auch da dabei sein und vielleicht gibt es noch mehr Leute, die sagen, na, für mich war das kein guter Tag, für mich war es nicht erfolgreich. Vielleicht kann man sich ja so ein bisschen damit verbinden. Ich bin mir ganz sicher, dass Menschen aus dem gesamten Leistungsspektrum gerade zusehen und auch aus allen Bundesländern gerade zusehen und Menschen, die alle Emotionen heute im Mathe-Abi hatten. Also wir haben da heute wahrscheinlich ein ganz breites Spektrum an allem, was das Mathe-Abi irgendwie möglich macht. Jetzt möchte ich, dass dieses Spektrum sichtbar wird, also hau gern in die Tasten und schreib mir, wie das Mathe-Abi bei dir lief. Jo, nice, was machst du ansonsten heute noch? Wie lässt du diesen Tag ausklingen? Wirst du dich eher entspannen und wirst sagen, ich möchte heute jornisch mehr machen, ich möchte mich heute ausruhen und schlafen? Oder wirst du sagen, hey, Stochastik hat mir gestern so viel Spaß gemacht, ich rechne noch ein paar Stochastik-Aufgaben oder wird deine Tagesplanung eher in Richtung Exzess laufen? Schreib mir das gern. Ich werde nachher noch ein bisschen spazieren gehen, werde noch ganz, 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 ganz groß und fein essen gehen und das wird heute bei mir passieren. Schreib mir gern und dann wünsche ich dir einen schönen Tagesausklang. Tagesausklang vom 3. Mai, dem Tag deines Abis. Ich freue mich, dass ich ein bisschen daran teilhaben durfte. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick Lass es dir gut gehen.